Die Take-Home-Message des Moduls Public Sector Leadership ist, dass öffentliche Organisationen neben einer Professionalisierung ihrer Facharbeit mehr und mehr auch eine Professionalisierung der Führungsarbeit brauchen. Öffentliche Organisationen sind personalintensiv und sie sind natürlich fachlich orientierte Expertenorganisationen. Doch es zeigt sich, dass immer mehr und mehr die Professionalisierung der Führungsarbeit zentral ist, weil wir Organisationen weiterentwickeln müssen, weil diese Organisationen Höchstleistungen erbringen müssen, um ein Gegenüber der Privatwirtschaft und auch des Non-Profits-Bereichs sein zu können. Deshalb die Take-Home-Message ist, Professionalisierung der Führungsarbeit, das Erleben, das Kennenlernen, sich damit auseinandersetzen. Die Chicago-Message ist mehr als Mobilfest oder Führung des Tangents, dieser im BildschBRHERFEL 971. BildschBRHER FÜR 1000 Vielen Dank.